Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Zu einer weiteren Lichtlesung aus dem Lichtwelt Verlag, Empfangen durch Jan Johannes Kassel Was jetzt, Christus? vom 9.06.2023 Gott vertrauen, geliebte Menschen, Die Zeit der Zeiten stellt euch vor große Herausforderungen. Ihr werdet mit Umständen konfrontiert, die man nicht voraussehen kann. So ist es auch möglich, sich darauf zu bereiten. Was jetzt zur Wirkung gelangt, sind eure innere Verfassung, eure innere Kraft, der wahre Kern eures Wesens. Die Ereignisse dieser Zeit stellen euch oft vor die Situation, was jetzt. Auch wenn ihr dieses oder jenes bedacht habt, hier oder dort Vorkehrungen getroffen habt, so kommt am Ende doch alles anders. Und dafür gilt es, innerlich gewappnet zu sein. Heute zählen die inneren Werte eines Menschen. Denn diese werden jetzt zur Geltung gebracht. Und diese machen den Unterschied. Wer innerlich mit der Erde verbunden ist, erlebt die Umbrüche der Erde im tiefen Verständnis und im Frieden. Wem sich die Notwendigkeit dessen, was sich jetzt ereignen muss, erschließt, der ist wahrlich gesegnet. Gleichzeitig gilt es, an den Himmel, an das Göttliche, angebunden zu sein. Das ist die einzige Vorbereitung, auf die es jetzt ankommt. Wirkungsvoll und maßgeblich ist jetzt das, was du in deinem Inneren verwirklicht hast. Auf eine gesunde Psyche, auf ein intaktes spirituelles Immunsystem, auf eine fundierte und geerdete Verbindung mit der Erde kommt es jetzt an. Tief in deiner Seele hast du seit Äonen Kenntnis darüber, was sich jetzt alles ereignen soll, damit es lichtvoll wird auf Erden und menschlich wird zwischen den Menschen. Festhalten oder Freigeben Ein System wird restlos abgetragen, eine Epoche, die der Menschheit so viel Schmerzen bereitete, wird ausgelöscht. Dies wird niemandem verborgen bleiben. Es macht jedoch den Unterschied, ob du dich am alten System festklammerst oder ob du es freiwillig loslässt. Dieses Verhalten entscheidet, ob dich die Ereignisse verschlingen oder ob du wie Phönix aus der Asche den Ereignissen als neu geboren entsteigst. So lenke ich deine Aufmerksamkeit auf deinen Wunsch, das Alte festhalten zu wollen. Viele Menschen haben vom Neuen keine Vorstellung von dem Neuen. Und so halten sie am Altbekannten fest. Dieser Reflex ist schädlich, denn sobald der Sturm kommt, gilt es loszulassen. Gottvertrauen, auch wenn du keine Vorstellung vom lichtvollen Zeitalter hast, auch wenn dir die Feinde der Freiheit übermächtig erscheinen, so halte dir immer ein Fenster offen, ein Fenster des Gottvertrauens, durch das Erkenntnis zu dir eindringen kann. Armut besteht darin, von Gott nichts zu wissen und von Gott ganz abgeschnitten zu sein. Ob du das lichtvolle Zeitalter visualisieren kannst oder ob du dich am alten Leben festklammerst, beide Wege werden nur mit ausreichendem Gottvertrauen gemeistert. Wie kannst du diese Zeit am besten überbrücken und wie im Frieden überstehen? Durch Gottvertrauen. So geht hin, denn die Zeit der Wiederkunft Gottes auf Erden ist eine Zeit der Wunder, damit sich die Gläubigen und Ungläubigen Gott öffnen können. Ich bin Jesus Christus. Danke, danke, danke an dich, an den Lichtfeld Verlag, an Jan Johannes Kossel und alle anderen. Licht, Liebe und Segen sende ich dir und wünsche ich dir für dich und deine Lieben herzlichst, deine Daniel.